Ja, wir sind wieder zum neuen Info-Region, zweite Versuch. Ich hatte gerade so ein bisschen gestört über Skype und es ist halt nervig, wenn einer dauernd Skype ausgespricht. Auf jeden Fall, erstmal habe ich so einen Halt, ne? Ich könnte meinen PC nehmen und einen Hammer draufschlagen. Ich wollte gerade, ich habe vorhin voll das geile Gefecht gehabt, ne? Ich hatte so ungefähr 40 Minuten, erzähle ich noch kurz. Richtig krass. Auf jeden Fall werde ich das unbedingt nochmal nachholen. Ich wusste jetzt, wie viel Speicherplatz ich habe, ich wollte noch speichern. Und was ist? Der Mod stürzt ab. Herzlichen Dank, du dreckiger Scheiß-PC. Das ist gerade einer der geilsten Raumschlagen, die ich je hatte, der PC das Spiel abstürzt. Herzlichen Dank. Ich werde nur bei so einem neuen kaufen, dieses Stück Scheiß-Lauten, das nervt ohne Ende. Boah, genug. Und zwar jetzt das Thema zum Entfüllen. Ich habe jetzt die 100 Abonnenten erreicht. Ich wollte, ich hatte ja gesagt, dass ich dann, ich weiß nicht, ob das alle mitkriegen ist. Sag mal, ich noch mal ein extra Video. Und zwar, ich wollte ein Speicher machen. Und zwar wollte ich online spielen. Also mit einigen von euch, wenn ihr Lust habt, können wir dann nur eine Star Wars Online spielen. Über Game Ranger müsst ihr euch dann noch runterladen. Jetzt ist halt nur die Frage. Ich habe das schon gespielt mit Kumpels. Ich konnte jetzt, ich weiß nicht genau, wie man auf Raumschlagen umschaltet. Also immer bei mir, es war immer Brunenschlacht. Jedes Mal. Ich weiß nicht, was da ist. Mal schauen mal. Und zwar vielleicht spiele ich mit Mods. Ich spiele mit Mods, da muss ich noch mal gucken. Also entweder mit gar keinem Mod oder ich spiele mit dem Battlefront-Mod. Müsstet ihr euch dann runterladen oder spielen wir ohne Mods. Und ja, wer Lust hat, ich werde dann wahrscheinlich einen Server öffnen. Dann könnt ihr ja bei Game Ranger dann gucken, die Server. Mal schauen. Nächstes Wochenende, glaube ich. Werde ich mal gucken. Ich werde noch mal ein Video genau dazu machen. Ähm. Und zwar, wer Bock hat, kann ja mal in die Kommentare schreiben. Denn vielleicht hat auch gar keiner Bock. Oder es kann keiner spielen, dann brauche ich das gar nicht machen. Dann mache ich ein anderes Special Step. Wer spielen will, schreibt mal in die Kommentare. Ich will oder ich will spielen. Ich will mit dir spielen und so weiter. Und zwar machen wir das dann so. Ich mache bei Game Ranger und Server auf. Da könnt ihr dann suchen nach Empire at War, Force of Cooperation. Falls es nicht funktionieren sollte, dann spielen wir halt normales Empire at War. Das funktioniert hier. Ähm. Ja, ich werde das dann ein paar Parts aufnehmen. Dann lasse ich das hoch. Und ja, dann guckt einfach in die Beschreibung dann. Da schreibe ich dann einfach meinen YouTube-Kanal nah am Eye of the Storm hin. Da wisst ihr, dass ich das bin. Dann könnt ihr da joinen. Und ja, was war es eigentlich jetzt, ne? Ich habe so einen übelsten Hals. Es ist jetzt hier... Es geht jetzt hier so 20 nach 11, äh, 20 nach 10, ne? Und ich... Ich raste von außen und schrefe mal in meine Wohnung rum. Uh, ich hoffe, ich kriege keinen Ärger. Oh, das war aber ärgerlich. Wie gesagt, wer spielen will, schreibt es nochmal in die Kommentare. Sag ich jetzt nochmal. Das heißt einfach, ich will... Damit ich ungefähr weiß, äh, ob sich das lohnt. Weil wenn... eh keiner kommt, dann brauche ich das gar nicht machen. Dann brauche ich nicht umsonst, wie sagen wir jetzt mal ein paar Stunden warten. Oder eine Stunde. Dann kann ich mir das auch sparen. Dann mache ich einfach ein anderes... Special. Also deshalb schreibt einfach und... Ja, dann ist alles cool. Wie gesagt, ich werde nochmal in... Also ich erkläre euch das mal... Ob ihr habt Gamer-Jones, meldet euch an. Geht dann bei Spiele, sucht bei Star Wars Empire Toren und guckt einfach in die Beschreibung. Da steht da mein YouTube-Kanal, da wisst ihr Bescheid. Dann könnt ihr einfach joinen und dann mal schauen, ob wir dann gegeneinander oder ich schätze eher gegen KI. Gegen KI macht einfach mehr Spaß. Dann würde ich sagen, dann war es das jetzt auch. Ich muss mich erstmal wieder beruhigen. Und dann werde ich morgen, glaube ich, nochmal versuchen. Und das mal werde ich nicht speichern. Auch, äh... Clone Wars habe ich auch von aufgenommen. Ist auch schon wieder abgestürzt. Ähm, auch schon wieder. Ja, das werdet ihr wahrscheinlich sehen. Davor ist es auch abgestürzt. Irgendwie hasst mich im Moment Star Wars. Ja. Ja, dann würde ich euch noch einen schönen Abend wünschen. Ich lade das Video gleich hoch. Weil es eher kurz... Wenn verflann ich bis morgen früh einige geschrieben haben. Obwohl es jetzt Donnerstag... Donnerstag wird. Und die schlafen eh wahrscheinlich schon die meisten. Also gut, ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen. Ähm, der neuen Star Wars Parts. Auch im Gefechtskommentar. Da werde ich nochmal wahrscheinlich eher drauf eingeben, wie die Raumschlacht war. Vielleicht kriegen wir nochmal so eine geile Raumschlacht hin. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und eine wunderschöne Nacht. Ja. Ja. Ja.